Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo! Heute alias Todd, denn wir spielen heute ein paar Runden Mario Party in Minecraft. Das heißt, wir haben ein paar Minispiele. Wahrscheinlich kennt ihr den Spielmodus schon. Wenn nicht, werdet ihr ihn eh gleich kennenlernen. Ist eigentlich relativ easy, würde ich sagen. Ich hoffe, ich gehe richtig würfeln. Ich hoffe, ich komme nicht auf irgendein komisches Bowserfeld. Ich bin Mario. Du bist Mario? Ich bin Mario. Oh, cool. Okay, ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, es kommen gute Spiele. So, okay, wir können jetzt erstmal überfüllen. Bitte eine 6, bitte eine 6, bitte eine 6. Eine 5, ich habe eine 5. Wir sind auf dem gleichen Feld. Ja, ja, wir sind auf dem gleichen Feld. Oh, hallo. Oh, hallo. Oh Gott, warum sind hier so viele? Warum haben wir so viele eine 5? Stimmt. Okay, jetzt kommt das erste Minispiel. Jump and Run. Oh, nee. Oh. Ja, da bin ich nicht so gut. Das, das kann ich gar nicht. Also, es gibt ja so zwei Jump and Run Arten, würde ich sagen, hier. Nee, das, das kann ich nicht. Was ist dein, hast du eine Rekordzeit hier? Äh, nein. Oh, okay, ja gut. Nee, nee, ich verstehe das eh nicht so ganz. Ja, ich fall direkt runter. Nein. Das war sehr knapp gerade bei mir. Nee, nee, bei mir klappt das nicht. Okay, ich bin, glaube ich, beim ersten Jump and Run schon. Du bist, äh, erster? Okay, angehmer. Hey. Ich fall einfach drüber. Das ist so schwierig, das ist so ungerecht. So, oh. Ich bin wieder runtergefallen. Ja, ich bin auch wieder runtergefallen. Das riecht sehr knifflig. Ah, 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 ah. Warte. Nein, okay. Nee, ich schaffe nicht mal diese Anfangssprünge. Ich bin noch nicht mal, bist du schon mal diesen Schnatz, sag ich mal, bei dem blauen Schnatz? Ich bin beim grünen Pilz schon. Oh, cool. Ich bin, glaube ich, nee, es wird, okay, okay, ich habe ein Checkpoint hier. Stell hoch, stell hoch, stell hoch, stell, 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 stell. Fällst du runter? Ich bin, äh, hä? Ja. Ich habe das Gefühl, das will nicht. Blauer Pilz. Ich, 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 ich gehe einfach nicht springen. Ich spring einfach nicht einmal. Ah, jetzt habe ich es einmal geschafft. Okay, ich bin Zweiter bis jetzt noch. Cool. Ich bin, ähm, Sechzehnte. Ich bin eigentlich, eigentlich habe ich so drei Sprünge geschafft, alles andere. Okay, hier bin ich. Hier ist es, hier ist es Ende, hier ist es Ende. Du bist Erster. Nein, ja. Oh, Erster. Was für ein Angeber, du bist denn. Hä? Ich habe es jetzt gerade mal zum blauen Schnatz. 1 Minute 13 Sekunden. Weißt du, was meine beste Zeit war? 2 Minute 30. Meine beste Zeit. Das heißt, ich habe es ja schon ein paar Mal gespielt. Nice. Hä? Ja, krass. Oh, Zweiter ist auch im Ziel. Ja, ich bin jetzt die Zwölfte. Zip top. Oh, das war jetzt nicht so erfolgreich. Moment mal, jetzt kriege ich ja den guten Würfel. Ja, ja, du darfst zweimal jetzt Würfeln. Ja. Oh, nee. Würfel bitte. Oh, nee. Ja, ich habe nur 4. Und einmal eine 5. Ich hoffe, du kommst auf ein Bowserfeld. Hey. Negativ. Und einmal eine 6. Das ist sehr gut. Ich habe mir 11 gewürfelt. Ah, nee. Ich muss gleich erst mal gucken, auf welchen Platz du bist. Nee, warte mal. Ich habe ein paar... Ich habe drei Felder. Ich habe drei Felder nach vorne. Nein. Nein. Ich wurde drei Felder nach vorne gesetzt. Ich habe jetzt... Ich bin auf Feld 19 schon in der zweiten Runde. Ich verstehe das nicht. Das ist knüffelig. Wie soll ich das denn machen? Ja, also irgendwie muss man, glaube ich, nach oben. Glaube ich. Oh, nein, 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 nein. Okay. Ich habe das nie richtig verstanden. Ich bin irgendwann einfach runtergefallen. 1, 2, 1. Es geht los. Ja, okay. Wann geht es hier lang? Ich bin runtergefallen. Ich bin auch weiter runtergefallen. Wie soll ich das denn schaffen? Ähm, ja, ich weiß auch nicht so ganz... Ach so, kann ich das... Was sind diese Sea Lantern? Die kann ich... Ja, die kannst du platzieren. Aha. Und die kannst du auch wieder abbauen. Und damit kannst du halt Stellen hochklettern, wo du vielleicht sonst nicht hinkommst. Ach so. Dann geht es hier nach oben, hier weiter nach oben. Okay, ich habe keine mehr. Hier ist einfach einer bei mir. Da geht es hier weiter, hier weiter. Oh, komm, die Lava schon? Da sind meine Sea Lantern, aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Nein. Ich wäre fast wieder runtergefallen. Ähm... Schon wieder. Ich komme nicht weiter. Ah, hier sind Sea Lantern. Okay, ich kann die wieder abbauen. Aha, bei mir... Die sind alle da unten jetzt. Hier ist wieder eine Sea Lantern, da geht es hier weiter nach oben. Kann ich auch von anderen die abbauen? Ja. Ach so. Du kannst jede abbauen, die du siehst. Ach so. Zum ersten Mal habe ich diesen Spielmodus richtig verstanden. Ja, nice. Ich habe aber nur noch eine. Ich bin fünfter Platz, das ist nicht gut. Ich bin sechste. Aber wie bist du eigentlich so schnell wieder da hingekommen? Ich komme nicht mehr. Ich komme hier nicht weiter. Hier. Ah doch, kann ich die aufsammeln? Ja, Sea Lantern. Okay, ich komme weiter, ich komme weiter. Okay. Kann ich hier weiter? Okay, hier komme ich auch weiter. Kann ich das abwarten? Ich habe fast wieder nach unten gefallen. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Okay, ich sammle mir gerade einfach mal so ein paar Sea Lantern auf. Aber ja, ich war hier noch nie. Das ist mir alles zu hoch. Ich habe es auch gleich geschafft. Ich habe es gleich geschafft. Ach man kann hoch. Man kann ans Ziel, meinst du? Ja, du musst nach oben. Ach so, ich dachte... Ich bin oben. Ich bin dritter. Ja. Das ist ja einfach unfair. Dritter Platz für mich. Dritter Platz für mich. Als ob, du bist auf Platz 1, bist zweimal unter die Top 3 und ich gucke da rum. Ja. Oh, ich habe eine 5. Ich habe eine 3. Ja. Ich habe eine 3. Oh nein, müssen wir noch weiter als ich. Okay, ich habe eine 6 insgesamt gewürfelt. Ich bin Platz 25 von 46. Vielleicht bist du Platz 1 immer noch. Who knows? Du bist Platz 1. Ja, Platz 1. Oh, du brauchst vier Felder weniger als der zweite. Krass. Okay, ja, jetzt bin ich aber gespannt. Reisen nach Jerusalem. Oh nein, das ist so schwierig. Da gibt es ganz viele Taktiken. Also, um ehrlich zu sein, entweder es gibt die Taktik, man guckt nach oben. Damit komme ich gar nicht klar. Ja, ich gucke schon nach oben. Ja, bei mir klappt das irgendwie nicht so. Ich weiß es nicht. Ich gucke so halb nach oben, wenn ich ehrlich bin. Okay. Gleich müssen auf jeden Fall die Minecarts kommen. Ja, ja. Am Anfang ist ja... Ja, hab's! Ich bin in einem drin. Ich auch. Hallo, da bist du dich. Hör, sind da zwei drin? Ah, nee, das ist einfach... Wo bist du? Ah, Mario. Okay, nächste Runde. Die erste habe ich geschafft insgesamt. Ja, ja. Oh, Mann. Bitte Minecarts, bitte Minecarts. Du darfst dich in die Top 3 wieder. Minecarts! Ja, ich hab's! Okay, ja, ich hab auch eins. Du hast es auch. Oh, was ist da denn los? Hey! Die will's abbauen. Ja. Okay, nächste Runde. Ich weiß gar nicht, ob es sich mehr lohnt. In der Mitte zu sein oder eher so außen? Ich bleib in der Mitte. Ja, aber teilweise ist dann in der Mitte gar nichts. Und dann ringen sich da in der Mitte alle drum rum. Oh Gott. Nein, ich hab's nicht geschafft. Hallo, ich bin hier in Minecarts. Ja, die war vor mir da. Ach, was ist da denn los? Du schaffst das wieder. Du bist ein Mario Party King. Warum wusste ich das nicht? Insgeheimer Zweiterberuf. Bitte, bitte, MyCart und... Bitte. Oh. Ja. Als ob. Oh, okay, aber guck mal, der hat's auch eigentlich relativ spät geschafft, ne? Es gibt auch einen Platz 1, darum wird auch gekämpft, glaube ich. Vielleicht geh ich mich auch... Okay, Hauptsache Top 3. Ja, ja. Nur, dass du zweimal... Ähm, Epic, die sind schon da. Ich hab's nicht mal gesehen. Aber du schaffst es einfach. Ich hab's geschafft, warum ich es nicht gesehen hab. Das ist unfassbar, der Typ. Was ist da denn los? Ich könnte erster Platz werden. Ja. Hä? Ich hab nicht mal gesehen, dass die runtergefallen sind. Das ist ungerecht. Nein. Viertel Platz 1. Viertel Platz 1. Nee, Platz 2. Come on. Nein, nein, ich schaff's nicht. Haha. Nein, aber sehr gut. Ja, ist egal. Ich glaube, es macht gar keinen Unterschied, ob du Platz 1 oder Platz 2 bist. Letztendlich kannst du zweimal würfeln. Und dann bist du eh näher am Ziel. Ich glaube, auf Platz 1 hat man einen besseren Würfel. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ach so. Oh, das wusste ich nicht. Kann sein. Kann sein. Joa. Also ich sag mal so, ich hab eine 1 gewürfelt. Ich hab eine 5. Oh Mann, ey. Das ist unfassbar. Das ist ja unfassbar. Warum hab ich denn so viel Pech? Oder hast du mehr Skill? Ich sag mal noch auf Platz 1. Du bist gewinnen. Ja. Der andere ist 10 Blöcke hinter dir. Das ist sehr gut. Pfff. Wow, es blöd. Bin ich auch total schlecht drin, ne? Okay. Alter, soll ich dich wegstellen? Nee, geh weg. Hallo. Geh weg. Okay, ich muss in die Top 3 kommen. Das ist sehr wichtig. Ja, ey. Ich muss mal nicht verlieren. Oh, oh. Ich guck doch gar nicht, wo ich... Ich hab keine Ahnung, wie das... Es gibt auch Power-Ups, glaub ich. Ja, ja, aber keine Ahnung, wie das hier klappt. Warum, wie, wie, wie soll ich wissen? Das ist ein Power-Up. Ich will... Woher soll ich es wissen? Oh, oh. Und vor allem, wie soll ich hier jemanden runter... Also das ist so schwierig. Das ist einfach so schwierig. Nein, nein, nein. Katze! Ja. Nein, nein, ich hab auch nicht. Oh mein Gott. Hab ich einen? Ich glaub, ich hab keinen. Oh mein Gott, ich hab einen. Nein, ich wurde weggeschnetzelt. Oh mein Gott, echt? Ich hab noch keinen weggeschnetzelt, aber... Ach, Mann. Hast du einen weggeschnetzelt? Äh, einen, glaub ich. Ach, krass. Einen hab ich auch weggeschnetzelt mal. Wow. Oh, das war knapp. Okay, ja, so, super. Jetzt, äh... Aber gewinnen die mit den meisten... Ja, die, die am meisten wegschnetzeln. Ja, super. Da bin ich ja weit von entfernt. Aber vielleicht komm ich in die Top 3. Das wär auch schon mal nice. Okay, einer wurde noch weggeschnetzelt. Okay, du bist jetzt auf jeden Fall schon in der Top 3. Ja, easy. Kann ich eigentlich auch jetzt weggeschnetzeln? Schätze, schätze, schätze weg. Ja, schätze weg. Nein. Das schaffst du. Das schaffst du. Oh, was ist denn da los? Das ist mir zu anstrengend. Aua ab. Du hast es aufgesammelt. Hahaha. Oh Mann, Gott. Oh, oh. Was ist denn da los? Oh mein Gott. Den hast du. Oh mein Gott, also ich den hab. Du konntest Erster werden. Ja, ja. Oh nein, ich wurde nicht Erster. Zweiter. Naja, Zweiter. Aber dafür, ja, naja. Dafür ein Doppelding. Bitte eine Sechs würfeln. Bitte eine Sechs würfeln. Hm, bitte eine gute und kein Bowser-Fisch. Ne Zwei nur. Ne Zwei nur Drei. Wow, die krieg ich auch mit einem Ding. Och Mann, ich bin zehn Blöcke vom Ziel entfernt. Oh, du bist immer auf Platz eins. Aber Platz zwei holt auf, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Das ist cool. Echt? Ich find das immer ein bisschen kompliziert, wenn man irgendwo landet, wo man niemanden hat in der Nähe. Geh weg. Ich mach dich aus. Wo bist du? Und ich erzähle das auch nicht mit den Prozenten so ganz, wenn ich ehrlich bin. Ähm, umso mehr Prozente du hast, umso weiter fliegst du runter. Manchmal, glaub mir. Zwei Leute hab ich schon. Manchmal, da bist du auch nicht, äh, hast auch keine Prozente und du wirst runtergesprungen. Ich hab vier. Ja, cool. Ich hab, ich hab Power. Ente Haken hab ich, das ist sehr gut. Oh Mann, ich wurde runtergesprungen. Ente Haken! Äh. Das ist geklappt. Oh Mann. Okay, noch einen. Ja, so jetzt zum Beispiel. Jetzt sitzt einfach keiner bei mir in der Nähe. Dann kann ich auch natürlich niemanden runterschubsen, so. Okay, ich hab TNT, das ist sehr gut. Oh Mann, ich wurde runtergeschubst. Hab ich einen? Ich hab keinen. Nein! Äh. Oh nein. Bist du da? Du bist da. Nein, ja, ich wurde da. Oh, Hilfe! Ente Haken. Alter, ich war... Nein, das hat auch nicht geklappt. Oh Mann. Komm, geh weg! Nein! Mal Abgang! Nein, nicht ich! Oh Mann! Nein! Leute, Leute! Okay, einen hab ich noch, oder auch nicht. Oh Mann! Ja, guck, weil ich jetzt hier rumgetrödelt hab, bin ich direkt... Ich hab nicht gesichert, bin im Ende Hacken! Ja, super, ich bin runtergefallen. Toll! Oh, hab ich noch einen? Ich... Oh, ich bin knapp Platz zwei, knapp Platz zwei. Ja, ich bin knapp Platz drei, deswegen ist es nicht so nice. Okay, jetzt hab ich aber nochmal zwei. Das ist noch einer. Ja, bin ich... Ich bin Zweiter, sehr gut. Oh nee, ich bin Dritte. Aber... Oh, hab ich's geschafft, Dritte? Ja. Ja. Okay, bitte, 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 eine Zehn. Krieg ich eine Zehn überhaupt? Ich bin mir nicht ganz sicher, doch könnte es sein. Eine Fünf und eine Fünf. Ich hab auch eine Fünf. Und ich hab eine Zwei. Oh! Ich bin eins vom Ziel! Nein! Ich bin eins vom Ziel! Meinst du ernst? Was ist denn hier los? Wie ist der Erste? Der Zweite, meine ich. Wie weit ist der hinter dir? Schau ich gleich. Okay, ich bin jetzt... Äh, 39. Und ich hab 45. Okay, also der braucht noch sieben. Das schaffst du. Easy. Lasertag! Lasertag ist so nice. Das ist ein mit zwei meiner liebsten Spiele sogar. Ja, ja, das stimmt. Richtig viel Spaß. Ja. Da seh ich schon jemanden. Ja, ja. Vor allem, du kannst halt so wirklich easy jemanden wegschnetzeln. Das ist so cool. Außer der ist dann natürlich schneller. Oh, ja, es geht schnell. Aber das ist schon sehr nice. Ich werde weggeschnetzelt. Oh Mann, okay, ja, jetzt... Aber du wirst es schaffen, wahrscheinlich. Ich treff gar keinen einzigen. Oh nein! Ja, also wenn du halt... Ich treff immer noch keinen! Als ob du gar keinen triffst. Okay, jetzt hab ich zwei getroffen. Siehste? Okay, aber ja, ich bin grad auch nicht auf meiner Hürde, muss ich sagen. Oha, du bist zwei. Nein! Ich gar nicht. Oha, man wird so schnell weggeschnetzelt teilweise. Hallo. Oh, das ist so nicht. Die Profis unterwegs. Ja, ich bin so nicht. Die Lize. Doch, du bist Platz... Naja, du bist auch nicht gerade... Ich bin auch nicht gerade gut. Mein Bestes war, glaube ich, mal... Nein! 26. Nein! Nein, ich bin die Katja! Aua! Hallo? Und dann sehe ich wieder keinen. Das ist so blöd. Wenn man keinen sieht, dann weiß man... Nein! Nein! ...weiß ich nicht, wie ich das machen soll. Das ist wie so ein Fies! Ja, grad bin ich nicht auf meiner Hürde. Ich hätte die alle gerade unterstützen können. Das ist grad alles blöd. Mann! Zweiter nur. Oha, du bist Zweiter? Ja. Oha! Ja, easy, guck mal, du gewinnst. Krass, krass. Würfel, würfeln, würfeln. Und ich würfel eine Sechs. Ja, easy. Und ich hab nochmal würfeln. Ich würfel eine Drei. Aber, ja, okay. Oh, ich wurde einfach auf dem Bowser-Feld. Cool, danke. Oh, ich wurde Vier-Felder nach vorne. Du bist Acht-Felder nach dem Win. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Als ob du direkt bei der ersten Runde gewinnst. Das ist unfassbar. Sehr gut. Ich bin übrigens auch Feld 32 gewesen. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss!